momentan ist es einfach richtig krass was sie eigentlich abgeht auf youtube wir haben letztens erst die 1400 abonnenten erreicht und es ist einfach der ultra wahnsinn deswegen ist es auch so dass ich mich bei euch mega bedanken will für einfach die ganze zeit die ihr mir schenkt und was ich alles für euch tun konnte es war einfach eine mega zeit und ist auch immer noch cool und wird auch viel cool mit color rider sonstigen leuten vielleicht treffe ich lakto white sumo duru take off es wird einfach richtig cool sorry dass jetzt auch richtig wenige videos eigentlich erst gekommen sind ich hatte momentan keine zeit die schule ging gerade echt richtig mega vor es gab so viel zu tun ich habe ja immer bloß jeden montag und jeden zweiten freitag schule und es war so viel los ich konnte dazwischen einfach nicht dazwischen dazwischen noch ein video machen das ging einfach nicht bis ihr es ist doch einfach krass was ich schon mit abonnenten alles so unternehmen konnte ich habe mich mit abonnenten getroffen mit ihnen geredet und rumgefahren das war einfach eine oder ist eine richtig coole zeit sowas kriegt man nicht oft und dafür bin ich euch mega dankbar ja gut ich hoffe ich euch hat das kurze video gefallen und ich bin euch echt mega dankbar dass wir die 1,4 k abos erreicht haben und ich hoffe dass wir einfach sowas immer weitermachen können die ganze videos so wie ich sie gerade weitermachen und einfach schauen ob ich noch dieses jahr mein jahres sie von 2000 abonnenten erreicht habe ich glaube das kriegen wir auf jeden fall noch hin dann würde ich sagen sehen wir uns wieder bei dem nächsten video haut rein jungs und mädels man sieht sich ciao